Sie sind Funker bei Florian Mauerkirchen. Florian Mauerkirchen von Tank Mauerkirchen. Meldung an Rüst-Utendorf auf Kanal 2. Der Einsatz vom hydraulischen Bergegerät ist beim Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 147 im Bereich von Kronleiten, Gemeinde Utendorf, nicht mehr erforderlich. Ich wiederhole. Meldung an Rüst-Utendorf. Der Einsatz von hydraulischen Bergegerät ist beim Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 147 im Bereich von Kronleiten, Gemeinde Utendorf, nicht mehr erforderlich. Durchführen Ende